Liebe Zuschauer, wir laden Sie nun ein zu einer Premiere. Zum ersten Mal dreht sich hier in Sat.1 das Glücksrad ein schnelles Spiel um Buchstaben und Worte und natürlich für tolle Preise. Die Berliner müssen sich noch eine Viertelstunde gedulden. Bei Ihnen läuft das Glücksrad von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr und jetzt viel Spaß. Musik Hier ist das Glücksradstudio von Sat.1, hier auf den Hafensche-Seestudios in Berlin. Herzlich willkommen Ihnen allen und hier bei uns im Studio und natürlich bei Ihnen zu Hause. Heute dreht sich zum ersten Mal hier bei uns das Glücksrad. Wir, das sind Maren, unsere und natürlich auch Ihre Glücksfee. Mein lieber Kollege Peter. Guten Abend. Und mein lieber Kollege Frederik. Und nicht zu vergessen, Hans, die Stimme. Viel Spaß und viel Glück. Ja, damit Sie gleich mal sehen, wie unser schnelles Spiel um Worte und Gewinne hier bei uns funktioniert, fangen wir an jetzt. Hallo aus Berlin, hier ist die neunte Spielshow von Sat.1, Ihr Glücksrad. An jedem Wochentag, ab heute, können Sie hier glückliche Gewinner erleben, wie es sie im deutschen Fernsehen noch nie gegeben hat. Preise im Gesamtwert von 87.490 D-Mark drehen sich auf dieser Glückspalette. Zum Beispiel dieses klassische Trafelservice Ritmo von Eschenbach. Streifendesign und Flütenmuster harmonisch kombiniert. Und damit es beim Kaffee keinen Stilbruch gibt, stellen wir das gleichnamige 15-teilige Kaffeeservice gleich mit dazu. Gesamtwert 690 D-Mark. Oder zum Beispiel diese Minolta Dynax 7000i für 1200 D-Mark. Die Spiegelreflexkamera mit Chipkartensystem für noch kreativere Aufnahmen. Oder lieben Sie es eher sportlich? Partnerlook auf vier Rädern, wenn er mit ihr und Sie mit ihm. Mit diesen Kettler Town & Country Rädern kommen Sie buchstäblich durch dick und dünn. Zusammen 1700 D-Mark. Und hier ist er, der super Hauptpreis im heutigen Glücksrad. Der neue Volvo 440. So wie er hier steht, kostet er sage und schreibe 34.650 D-Mark. Komfort für höchste individuelle Ansprüche. Der neue Volvo 440. Das Spiel kann beginnen. Heute mit Frederik Meissner. Danke Hans. Tja, wie könnte man diesen Moment besser feiern als mit glücklichen Menschen? Und welche Menschen sind glücklicher als... Kommt aus dem Bereich Redewendung. Wer von euch sagt mir die fünf Konsonanten? Markus, bitte. R, 1, L, 2, D, 3, T, 4, noch ein, noch ein, noch ein, S, S. Und die Petra sagt den Vokal? E. Wir schauen jetzt nach, wie viele Treffen ihr gelandet habt. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, guck mal. Petra, Markus, 15 Sekunden. Toi, 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 ab jetzt. Petra, Markus, wollen wir schauen, was es gewesen wäre? Was war es denn bei euch? War es denn nicht bei euch? Liebe auf den ersten Blick, das wäre es gewesen. Nicht traurig sein. Ihr habt 5150 Mark gewinnen können und tolle Preise mit nach Hause nehmen können. Ich hoffe, es hat trotzdem alledem Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dass ihr bei uns wart. Das war es auch schon mit der ersten Sendung Glücksrad. Ich bitte doch noch die Maren zu mir. Und hier kommt sie auch schon mit einem wunderschönen Blumenstrauß. Das war es auch schon. Erste Sendung Glücksrad hier in Sat.1. Danke, dass Sie bei uns waren. Es würde uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten um die gleiche Zeit, 18.15 Uhr, von Montag bis Freitag. Tschüss und Servus. Wenn Sie sich als Zuschauer am Sanella Glücksrad beteiligen wollen, schreiben Sie an Initiativmedia, Kennwort Glücksrad, 2000 Hamburg 777. Und denken Sie dran, dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt morgen zugleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, hier sind wir wieder. Zum zweiten Mal im Berliner Glücksradstudio von Sat.1. Die Preise für die Gewinner sind angerichtet. Schönes, teures und nützliches für jeden Geschmack. Heute im Gesamtwert von 71.320 D-Mark. Treten Sie näher, denn anschauen kostet ja nichts. Hightech auf zwei Rädern, dass es die Kug der Bonusrunde geht. 14 Tage Mexiko für zwei Personen, mit reichhaltigem Ausflugsprogramm innerhalb des Landes. Den Gesamtwert von 20.000 D-Mark verdanken wir LTU und Meyers Weltreisen. Sie sehen, es ist was drin im Hauptgewinn. Und nun kann's losgehen. Freuen Sie sich mit mir auf das Glücksrad und unseren Spielleiter, Frederik Meissner. Hallo und herzlich willkommen hier aus Berlin zur zweiten Sendung Glücksrad zu einem schnellen Spiel um Worte und Gewinne. Tja meine... Und hier ist ja auch schon Maren, bitteschön. Ich freue mich auch ganz besonders unsere heutigen drei Kandidaten zu begrüßen. Zu meiner Linken haben wir hier Petra Anson. Wir wissen bereits worum es geht. Die erste Runde beginnen wir mit dem Worträtsel. Und das kommt aus dem Bereich Ort. Unter Ort verstehen wir Städte, Land, Wasser, Bauwerke. Tja, Petra, Ihr erster Dreh bitte. Und Petra eröffnet unsere Runde gleich mit 400 Mark. Für 400 Mark, welche einen Konsonanten hätten Sie gerne, Petra? Hm. Ü miejsc Uhr. Ü miejsc. Vielen Dank.